Halt durch, Schwester. Du hast was auf dem Rücken. Kümmern Sie sich um sie. Das ist ein Farunkel. Ach so. Oder ein Tumor. Das ist aber ein hübscher Tumor. Schlüpfer? Schlüpfer? Was? Frischer Schlüpfer. Wir machen jetzt mal wieder den Dropkick. Mit ihr. Ja, mit ihr auf dem Rücken. Mach doch mal einen Purzelbaum. Nö. Ich kann aber erstmal losfeiern. Ja. Ich kann hier keine Blume einsammeln. Egal auch nicht. Ich kann aber auch nichts wegwerfen. Echt? Ich hab nicht das Inventar? Nein. Halt. Ähm. So. Dann lass mal weiter juckeln. Tatatata. Ach so. Hau hin. Der hat keine EZ bezahlt, der musste weg. Oh, hinter uns. Quatsch. Energie EZ-Gebühren. Mhm. Denn Geiz ist geil. Ähm. Das war was anderes. Ach so. Warte. Ich gucke mal da hinten. Geiz ist geil, weil auch eine von diesen HIPPEN Werbesprüchen. Einer von diesen HIPPEN Werbesprüchen. Ich weiß gar nicht mehr. War das Saturn oder so ein Blödsinn? Ja, ich glaube, Mediamarkt. Ne, Mediamarkt war das nicht. Ne, stimmt. Mediamarkt war ja. Ich bin noch nicht blöd. Ja, richtig. Stimmt. Und Saturn war dann, glaube ich, geiz ist geil. Ja, klar. Hä, wo kommt ihr? Ups. Vollstattung. Wer ist da rausgekrochen? Ach so. Dass diese Läden noch nicht vom Aussterben bedroht sind, irgendwie. Das war's? Ja, dass diese, äh, die Läden, die, ähm, die Elektronikgeschäfte, die noch nicht ausgestorben sind. Wenn du überlegst, du kannst ja alles mittlerweile im Internet. Ja, das gibt halt. Zu günstigen Preisen und auch oft, weiß ich nicht, besser. Das habe ich nicht vergessen, dass es viele Leute gibt, die halt einfach nicht abwarten können. Ja, okay. Und du bist dann am besten. Weil ich teilweise auch mit zu. Ja, und am besten gleich gestern haben. Ja, okay, jetzt stimmt. Ach so. Ups, rühren wir doch in den Rücken. Ich wollte eigentlich was anderes treffen. Was denn? Nichts, 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 nichts. Ich bin ein Gentleman. Ein Gentleman spricht nicht über sowas. Und warum trage ich sie denn auf dem Rücken und nicht du? Äh, weil das deine Schwester ist? Weil das ist ja auch meine Oma. Das geht mich an, ob das deine Oma ist. Vielleicht schleppe ich noch deinen Mist, oder was? Ach so. Denk an Emanzipation. Im Keller. Ich kann ihre Position nicht feststellen. Was zum Teufel ist da unten? Hannigan, kommen! Ach, verdammt! Machen wir mal wieder einen auf Hulk. Ja, ich helfe dir mal, ne? Mhm. König Gülle. Muss ich immer noch dran denken. Ist ja auch ein schöner Name. Irgendwie. Ah, ich bin König. Ich sag auch, ich sag auch bis heute noch irgendwie, ähm, statt Duke Nukem sag ich immer Duke Nacken mitunter, also wenn ich nicht aufpasse. Das hat sich, glaube ich, das hat sich so bei mir eingebürgert. Das ist auch so. Ich weiß nicht, das ist ohne die Englischkenntnisse damals. Das ist irgendwie so einfach, ja, eingebürgert. Stimmt schon. Aber man wird's auch nicht so schnell los. Nee. Ich hatte damals mal die Angewohnheit, ich hab immer, ich weiß gesagt. Ich weiß? Das hab ich mir abgewöhnt können durch meine Oma, weil meine Oma dann immer anfing, ich grün, ich brauche. Coole Oma. Ja, und die Fats. Meine Oma hasst ja auch andere Omas, die Kleingeld zählen. Ich mag deine Oma. Debra. Haltet euch, wir sind fast da. Debra, alles wird gut, okay? Nein. Nein. Nein, Debra. Nein. Bitte, das darf nicht sein. Aida! Haben Sie einen Geist gesehen? Aida! Was zum Teufel ist hier los? Das ist kompliziert. Aber das ist weder die Zeit noch der Ort. Diese Stege halten nicht. Wir müssen in die unteren Ebenen. Es tut mir so leid, Deborah. Ich habe versagt. Helena, gehen Sie weg von ihr! Halt! Nicht schießen, bitte! Ähm... Da ist meine Tante verdammt naiv. Japp. Ach! Hör auf rum zu wackeln! Wir müssen in die unteren Ebenen. Ich würde sagen, geschafft! Jo! Ging doch fix, Leute! Ach, spiel zu Ende! Nein! Ich will hier nicht alleine sein! Jo! Jo! Na komm! Es regnet schon wieder Zombies hier. Ich meine, so ein Schafschützen wäre es ja auch was schönes, ne? Äh... Ja, wenn man damit umgehen kann? Halt! Nein! Was habe ich getan noch? Verdammt! Ah, ich hatte drei grüne Staubhäufchen und ein Rot und dachte, ich kann hier irgendwie verbinden. Aber... Hat er natürlich in Pillen gepackt, die drei Töverschwenden. Hup! Naja, naja! Hier! Ein Ring? Bitte nicht falsch verstehen! Das klärt sich später! Ja, ist super! Ein Ring? Ja, das war doch kein Heiratsantrag! Oh! Ich glaube, ich finde sie doch so schnockelig! Wie finde ich sie schnockelig? Schnockelig! Hallo! So! Adi! Warum bin ich da nicht runtergesprungen? Bin ich doof oder? No! Komm her, springt rüber statt runter! Hebel da nicht so rum, du! Was wirst du denn, hä? Where are you? Mach mich nicht voll, Alde! So! Mit O! Ich sag ständig so, ey! Ich muss auch nur so zu sagen! Dann sagt doch wieder Hammer und Alter! Nein! Alter und Hammer sind doch genauso doof! Deine Schwester kommt! Das ist nicht mehr meine Schwester! Oh, ich stehe doch hier oben! Kann ich... Was macht ihr da oben? Haha! Ja, ich habe mir meinen Kopf geschossen, ne? Ich habe auf die leuchtenden Sachen geschossen! Da haben wir nicht den ist da unten! Ach so! Ich habe den härtesten Ellbogen in dieser Welt! Du weißt doch, ne? Die Zombies halt mit unter 6, 7, 8 Schuss im Kopf aus! Ich habe den Zombie gerade mit einem Ellbogen gestoßen, sie im Kopf vermatscht! Ja, der war dann wohl schon ein bisschen älter! Halt! Ah, warum bist du denn nicht da stehengeblieben? Aber... Ah, Mann! Mach sie denn da! Oh, du Karnickel! Ähm, nein! Hau, mit deinem Breakdance da! Ähm... Au! Hilfe! Ähm... Will nur nicht sterben! Oh, oh! Ich bin am sterben! Oh, ey, da hilft mir! Ah! Ja, ey, da hast du jetzt ne Freundin nicht so wie du! Oh! Warte! Wo bist du? Ich bin sehr wohl ne Freundin! Ach, du hast schon grün, ne? Ja! Ja! Das war nämlich nur ne Pille! Nein! Jetzt hab ich... Ah, verdammt, der hat die selbe Taste dafür genommen! Ach, Zombie! Kein Zuhause! Die Fernsehgucken! Jetzt gib ihm noch ein Comic! Nein! Nein! Mein Comic ist Geheimheit so! Ah! Au! Leute müssen nicht wissen, dass ich ein eigenes gemacht hab! Verdammt, warum sag ich das dann nicht, Idiot? Du bist ein Horst, ey! Das war gerade eigentlich nur ein Zitat! Ach so! Gut, ich hab nichts gesagt, ihr habt nichts gehört! Alter, was willst du denn ständig von mir? Ja, mich hat sie auch getroffen! Ach so! Jetzt hab ich aber die Nase vor... Jetzt hab ich aber die Nase! Jetzt hab ich aber die Nase! Jetzt hab ich aber die Nase! Oh, ich bin fast kaputt, sehe ich gerade! Dann... Dann zieh dir ne Pille rein! Ja! Ich wollte eigentlich... Jetzt bin ich mit Ada zusammen! Mh... Seid ihr zwei Charlie... Äh, zwei Charlie für Engel wollte ich ja sagen! Wacht, komm! Ada! Helena! Wie wär's mit Hilfe? Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie lang! Je mehr sich die Dinge ändern und so... Quatsch! Seht ihr da? Das ist ein schöner Schnacker, ne? Was ist die? Ein Schlacker? Ein Schnacker! Ach, ein Schnacker! Du bist so ein Schlacker! Entschuldigung! Was hat er hier... rumzuleuchten? Oh! Alter Schlager ist sie! Ach, da muss ich gerade... Das wird es wahrscheinlich wirklich geben... Oh, ich bin looking for... Der Retter der... Hat die Mauer niedergesungen! Hat die Mauer also niedergesungen? Ja! Bei so einem Gesang würde ich aber auch zusammenbrechen! Oder bei so einem Lied... Nein! Wollte er hier keine... Ich hätte... David Haselnuss hat sich ganz viel Mühe damit gegeben! David Bär? Haselnuss! Ach so! Schwarzbrauner Stück... Ach, schön! Ja, ne? Ich hab Spaß! Ich hab Spaß! Ich hab Spaß! Ich will nicht, dass du Spaß hast! Ich geb Gas! Jetzt gehen wir aber auch alle wieder durch, ne? Hm! Vielleicht so ein Spezial, falls wir wirklich ein paar mehr Zuschauer haben! Hm! Machen wir ein Ständchen, ne? Machen wir ein Ständchen! Oh Gott! Oh, da war grad Captain Eisenarsch! Captain Eisen... Aber ich hab ihnen das Gesicht kaputt gemacht! Was? Ich glaub ich hab den Eisenarsch und ich das Gesicht kaputt machen! Haha! Wollt ich ihnen den Arsch kaputt machen? Der hält aber zu viel aus! Vor allem... Erst nehmen wir uns vor, weniger Kraftausdrücke zu benutzen! Und dann... Ähm... Erfinden wir auch noch... Persönlichkeiten, die aus ganzen Kraftausdrücken bestehen! Machen wir mal hier! Ja, ist doch schön! Achso, ich soll nicht euch rüber drücken? Ja, das wäre lieb! Na dann geht... Erst müssen wir auch noch anders drücken! Schnelle! Hm! Ich drücke doch schon! Ich glaub ich werd Eder mal in den Ausschnitt gucken! Vielleicht guckt sie dir aber zuerst in den Ausschnitt! Hm! So! Aber die Frau ist viel älter als ich! Das weißt du doch noch gar nicht! Doch, die Frau ist 33! Wo weißt du das? In Tunnel! Spoiler! Nein, nicht wirklich! Oh... 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 Du hast aber dels Kopf... Aha! 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 Scheiße! Vollrosa am Kopf ging dir das Ding Jetzt weißt du doch nicht! da trifft sie auch so mit leichtigkeit nach wo soll mir eine pille einwerfen ja das sollte ich auch mal hier menschen oft so rum zu zappeln hier du ach komm schon jetzt hat doch mal diese doofen nach wie noch ein guffel schütze heute schon wieder ich hätte sie gerade genannt gar nicht noch gar nicht ja ja ich ziel doch schon drauf mensch video knapp ja was ich ziel schon drauf aber natürlich keine kugel im magazin bin auch jetzt cleverer sack ich hab doch du glaubst meine weil so glotzt meiner hin der würde gar nicht sehen dass das von vorne kommt ja irgendwie meine ganze meine rolle plötzlich an meine gott und meine gott und nach links besiegen sie die mutierte deborah gut macht doch ein kopf nein Nein! Au! Oh! Ich geh die Folie, was war denn das gerade? Debra! Debra! Helena! Keine Tränen mehr. Bis ich dich gerecht habe. Nein! Bitte! Vergiss mich! Nein! 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 Nein!